Wächter gegen TV-Team Wachpersonal der chinesischen Vertretung in Genf greift ein Team des Westschweizer Fernsehens TSR an. Als das Fernsehteam zusammen mit einem Tibet-Aktivisten die Aussenmauer der chinesischen Mission filmt, eskaliert die Situation. Der Tibet-Aktivist versucht nach eigenen Angaben zu schlichten, worauf einer der Wächter auf ihn einschlägt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017